Tattoos, die Körperkunst des 21. Jahrhunderts. Darum geht's heute in diesem Video. Hey ihr Fashion Boss und Girls da draußen, ich bin Chris Kiss und willkommen ausnahmsweise mal nicht zum Dating-Dienstag, sondern zum, weiß ich nicht, Community-Dienstag. Denn Leute, der Chris hat da leider etwas vergessen. Es gab nämlich mal so ein Format, das nannte sich Community Talk. Und in diesem Format haben wir einfach über alle möglichen Themen gesprochen und keine Fragen zum Thema Flirte, Liebe oder Dating beantwortet. Und genau dieses Format möchte ich wieder aufleben lassen. Denn mir hat das immer super viel Spaß gemacht, mit euch einfach über alles mögliche zu quatschen. Und deshalb machen wir dieses Format jetzt auch mal ganz offiziell und geben dem Format den Hashtag SagMir. Das heißt, wenn du ab sofort einen Themenvorschlag für einen Community Talk hast, dann packst du einfach Hashtag SagMir mit in diesen Kommentar rein unter irgendeines meiner YouTube-Videos. Und wenn dieses Thema spannend genug ist und ich Bock habe darüber zu quatschen, dann kommt dazu auch ein Video. Also Leute, nicht verwechseln. Hashtag hilft mir für alle Fragen rund um Liebe, Flirt und Dating. Und Hashtag SagMir, um einfach mal über jedes x-beliebige Thema zu quatschen. So wie wir es auch heute tun, denn der Thomas hat geschrieben. Hi Freunde, Vorschlag für den nächsten Community Talk. Meinungen zu Tattoos. Liebe Grüße, Thomas. Schöne Grüße auch an dich, Thomas, denn ich weiß, du bist einer meiner Stammzuschauer und dich sehe ich fast unter jedem Video. Mega cool von dir. Heute geht es also um Tattoos. Tja, ist das erste Tattoo da, ruft auch schon die JVA. Erstmal fette Credits an Tattoo-frei, großartige Seite. Ich finde das so unterhaltsam, wenn Menschen Satire einfach nicht raffen. Ich glaube auch tatsächlich, wenn dir das Verständnis für Satire fehlt, dann bist du einfach ganz offiziell dumm. Aber gut, das ist vielleicht nochmal ein Thema für sich. Sprechen wir also mal ganz ernst über Tattoos. Mir persönlich ist es völlig egal, ob jemand tätowiert ist. Das muss jeder für sich wissen. Ich beurteile keine Menschen aufgrund ihrer Optik, sondern aufgrund ihrer Persönlichkeit. Entweder bist du cool oder du bist halt ein Idiot. Und das ist völlig unabhängig von deinem Aussehen. Trotzdem, aber das ist nur meine eigene Meinung, ich persönlich stehe jetzt nicht auf besonders viele Tattoos. Ist einfach nicht so meins. Es gibt ja Typen, die stehen auf total, tätowierte Mädels von oben bis unten brauche ich nicht. Ich mag vor allem eines und das sind natürliche Menschen. Das sind Menschen, die echt sind. Und das kann ich für mich, zumindest mit diesen ganz krass von oben bis unten Tätowierten, nicht so ganz in Einklang bringen. Ich habe trotzdem Freunde, die krass tätowiert sind, Piercings und Tunnels und alles mögliche. Nur ich finde, Tattoos sind häufig auch eine Art Schutzschild. Etwas, hinter dem sich der echte Mensch versteckt. Du versuchst, jemand anderes zu sein, weil du mit dir selbst, so wie du bist, einfach nicht wirklich glücklich bist. Und das finde ich den großen Knackpunkt dabei. Wenn das der Fall ist, dann ist das irgendwie nicht ganz so cool. Ich meine klar, wir alle spielen irgendwo im Leben eine Rolle. Wir versuchen uns immer ganz bestimmt zu präsentieren und wollen auch bei unserem Gegenüber ganz besonders toll ankommen und uns selber irgendwie verwirklichen und all solche Dinge. Ist völlig normal, nur ob man das mit seiner Optik dann komplett machen muss, weiß ich nicht. Wie gesagt, ist einfach nicht meins. Ich selber bin auch komplett tattoofrei. Meine Freunde nicht, aber das sind nur so zwei, drei kleine Tattoos. Das, weiß ich nicht, juckt mich auch nicht. Also macht für mich überhaupt keinen Unterschied, ob sie jetzt Tattoos hat oder keine Tattoos. Eine Sache finde ich bei Tattoos aber tatsächlich überhaupt nicht cool. Und das sind Partner-Tattoos. Alter, serious? Ich meine klar, letztendlich müsst ihr in eurer Beziehung entscheiden, ob ihr euch da noch irgendwie brandmarken wollt. Aber ich persönlich finde das unglaublich unangenehm, wenn Menschen Partner-Tattoos haben. Das hat einfach schon sowas von gegenseitigem Besitztum. Ja, so nach dem Motto, hey, wir markieren uns jetzt gegenseitig, damit auch jeder weiß, wir sind zusammen und damit auch niemals irgendwie was dazwischen kommen kann. Bullshit! Damit machst du dir einfach selber etwas vor. Eine Beziehung kann immer in die Brüche gehen. Und wenn du jetzt irgendwo hinten auf dem Rücken stehen hast, forever in love und Datum noch dazu und den Namen, ja, Glückwunsch. Dann rennst du im schlimmsten Falle dein Leben lang mit dem Namen deiner Ex-Freundin hinten auf dem Rücken rum. Ist für mich einfach das Dümmste, was man machen kann, Partner-Tattoos. Denn du hast im Leben niemals die Garantie, dass eine Beziehung bis in alle Ewigkeit bestehen bleibt. Da kannst du auch noch so sehr jetzt in deiner rosa-roten Welt rumtanzen und sagen, ja, aber wir sind so glücklich und alles ist toll und wir lieben uns. Ja, aber ob das noch in 10 oder 20 Jahren der Fall ist, kannst du jetzt einfach nicht wissen. Natürlich muss es nicht immer gleich das Datum und der Name sein, sondern es können auch irgendwelche Symbole sein. Aber auch das finde ich einfach so, Alter, ey, eine Beziehung beruht auf anderen Dingen als irgendwelche gemeinsamen Symbole, die man sich auf den Körper drauf packt. Versuch doch mal eine Beziehung auf einer tieferen Ebene zu führen, als sich irgendwie nach außen immer als das total glückliche Pärchen zu präsentieren. Ja, mit irgendwelchen Tattoos oder mit einem Beziehungsstatus bei Facebook oder jedem zweiten Tag irgendwie ein super glückliches Pärchen-Selfie. Eine Beziehung muss für dich glücklich sein und nicht für alle Außenstehenden. Tja, jetzt sind wir tatsächlich wieder vom Thema Tattoo auf das Thema Beziehung gekommen. Aber auch das kann im Community Talk passieren. Ich möchte mir einfach keine Vorgaben machen, sondern wir quatschen einfach mal munter drauf los und gucken, was uns einfällt. Und natürlich soll nicht nur ich hier quatschen, sondern ihr auch. Und das könnt ihr machen, indem ihr einfach einen Kommentar schreibt unter das Video. Was hältst du von diesem Thema Tattoo, vom Thema Partner-Tattoos? Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Lasst uns da sachlich, freundlich und respektvoll drüber diskutieren. Und wenn du einen Themenvorschlag für einen Community Talk hast, dann ganz einfach Kommentar schreiben mit Hashtag sag mir. Also zum Beispiel Hashtag sag mir deine Meinung zu Thema XY. So habe ich mir das gedacht. Mal gucken, ob das funktioniert. Naja, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann solltest du jetzt meinen Kanal kostenlos abonnieren und dann verpasst du kein Video mehr. Hier auf der Seite geht es weiter. Da gibt es auch noch weitere Community Talks aus der Vergangenheit. Wir haben schon über Gott und die Welt, über Schule und Cannabis und Pornos und alles mögliche gesprochen. Checkt das gerne aus. Ich danke dir. Bis zum nächsten Video. Mach es gut und ciao.